Hallo Starfight Community, ich hoffe euch geht's gut und ihr hattet einen guten Start in die Woche. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr an zwei richtig geile Waffen ganz, ganz einfach kommen könnt. Aber, für die Leute, die nicht gespoilert werden wollen oder die es selbst entdecken wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, das Video eventuell zu beenden. Ansonsten würde ich sagen, egal mit Video oder ohne Video, wenn euch mein Content gefällt, dann drückt den Abonnieren-Button und lasst Support da. Der Support ist nämlich von euch Sahne. Und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß bei dem Video und let's go! Die meisten von euch kennen es, ich zeige es trotzdem mal. Wir befinden uns im Alpha Centauri-System und zwar in New Atlantis auf dem Raumhafen. Wenn wir uns umdrehen, dann seht ihr das, hier ist der Raumhafen. Und das erste, was wir jetzt tun müssen, ist, wir müssen jetzt die Bahn nehmen. Dazu geht hier einfach geradeaus, ja auch ohne Minimap kenne ich langsam die Stadt auswendig. Aber so ist das, wenn man ein Game ganz gerne mag und auch schön zocken kann. Aber ich muss sagen, Starfield ist auch so entspannt, ne? Ich zocke da abends gerne eine Runde rein, mach irgendwas und schalte wieder aus und es ist so relaxed. Und das erste, was wir tun müssen, ist, wenn wir die Bahn dann sehen, ja, ihr habt gesehen, wir halten uns rechts, dann gehen wir hier zum Transitwagen und dann in den Wohndistrikt. Bahn fährt uns dann gut und sicher in diesen Distrikt rein. Und nicht weit von hier sehen wir sofort, und zwar hier, sobald ihr euch leicht nach links dreht, seht ihr auch schon den Shop, wo wir hinwollen. Das ist auch immer ganz gut, auch wenn ihr die Waffe nicht kaufen wollt, ist es immer ganz nice, die ganzen Shops zu kennen. Warum? Wegen der Munition und so weiter. Das ist immer ganz nice. Ressourcen verkaufen, kaufen und so weiter. Und ihr seht hier schon, ah, hier sind einige schöne Items. Ja, und dann sprechen wir hier die junge Dame an und fragen, was sie im Angebot hat. Und dann sehen wir bei den Waffen. Marksman AA-99. 11mm Munition und das Besondere daran ist, 15% Schaden beim Ziel kommt schon mit 7 von 8 Mods. Stabiler Lauf, Kurzreichweiten, Zielfernrohr, Schalldämpfer, ergonomischer Kolben, taktisches Magazin, Hochgeschwindigkeit und halbautomatisch. Also eine voll ausgestattete, starke Sniper. Ja, und ihr habt noch mehr Schaden, wenn ihr natürlich auch die Sniper bzw. den Gewehrskill nach oben gebracht habt. Ja, und die kaufen wir jetzt mal schön rein hier. Und dann haben wir auch diese wunderbare Waffe hier in unserem Inventar. Die Waffe sieht auch sehr cool aus. Ich finde sowieso allgemein, die Waffen haben sehr, sehr schöne Skins in dem Spiel. Und, ja, wir testen jetzt einfach mal. Das Erste, was wir natürlich machen, ist erstmal schön in den Stealth gehen. Zeig. 2,1-facher Schaden. Nochmal. Und da liegt der, glaube ich, oder? Ah, ich glaube, ihr kriegt weg, ne? Da sind die XP. So, und den nächsten. Genau, mal die Luft anhalten. Und dann, da steht noch einer. Wutz. Und der nächste. Wutz. Oh. Ja. Sehr schön. Ja, schön. Jumpshot. Weg. Da hinten ist noch einer. Oh. Ui. Ja, das macht schon Bock, die zu zocken. Das macht schon Bock. Kurz gucken, was die für einen Loot hatten. Ah, credits. Der. Ah, mal hin. Blündern ist zwar nicht glamourös, aber oft profitabel. Ja, so blündert man leicht, das stimmt. Oh. Schön. Was geht hier? Ah, Energie erforderlich. Gehen wir mal schnell noch da drin, gucken, ob wir auch ein bisschen damit fighten können, wenn wir in dem Gebäude sind. Macht ja auch mal Spaß. Nehmt man aber normalerweise eine andere Waffe. Wenn ihr keine andere Waffe verpassen wollt, dann schaut gerne auch in meine anderen Videos. Da habe ich schon die ein oder andere Waffe rausgebracht. Einfach mal in meiner Playlist schauen zu Starfield, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ich glaube, die haben uns nicht gehört. Silent Killer. Schöne Waffe, kann ich euch sagen. Vom Handling her, sehr, sehr geil. Wir gehen zur nächsten Waffe. Ich glaube, ihr habt genug gesehen. Für unsere nächste Waffe, eine sehr, sehr geile Shotgun, müssen wir in das Voli-System. Und zwar, wir besuchen den Planeten Voli Alpha und hier die Stadt Neon. Wer da noch nicht war, ist auf jeden Fall eine Erkundung wert. Sobald wir gelandet sind, laufen wir hier über die Brücke. Es sieht auch echt wieder cool aus hier, muss ich wirklich sagen. Erinnert mich irgendwie an einen Godzilla-Film oder Pacific Rim. Irgendwo war auch so ein Planet komplett unter Wasser und da waren so riesige Ölbohr-Inseln. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Film das war. Schreibt es immer in die Kommentare, wenn ihr vielleicht einen Film kennt, wo das der Fall war. Oh, ich erinnere mich gerade nicht. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. So, auf jeden Fall nehmen wir dann hier den Aufzug runter. Beziehungsweise hoch, glaube ich. Oberer Plattform. So, und dann drehen wir uns hier nach links. Und da sehen wir schon den Laden, wo wir hinwollen. Hier sind unterschiedliche Waffen. Und zwar die Boom Boom. Hier seht ihr das. Das Besondere daran ist, wechselt zufällig zu exklusiver Munition. Laservisier, großes Magazin, Hochgeschwindigkeit. Ja, schöner Schaden. Und die solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. So, dann schauen wir uns mal unsere neue Waffe an. Ah, da kommt schon der Explode. Gut. Oh, shit. Ich darf nicht so nah dran stehen. Was haben sie? Ah, die nehmen wir mit. Ah, das explizit schon ziemlich häufig. Sehr geile Waffe, Leute. Sehr geile Waffe. Damit werdet ihr auf jeden Fall euren Spaß haben. Das wirklich Schöne an den Waffen ist, du kannst hier nochmal etwas anfassen. Aber, die Kili zum Beispiel, kannst du auch komplett durchziehen. Ja, das ist so, das ist so geil. Jede Waffe spielt sich irgendwie nice. Gut, zweck. Müssen wir gucken. Ja, nichts Besonderes. Loot ist immer wichtig. Dafür machen wir das Ganze ja. Nein, nicht nur. Oh, die Credits. Das ist so lustig. Ich habe mich jetzt übelst verzogen. Es geht auch besser. Geil, ey. Ja, das war es mit dem Elite. Der hat doch was Schönes für uns. Jawoll! Eine Rattler-Leggie, Junge. Let's go. So, das ist doch der passende Augenblick. So, mit dieser dramatischen Musik beenden wir das Ganze. Auch viel Spaß mit diesen Waffen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ich würde mich natürlich freuen. Und ansonsten alles Gute. Grindet schön rein. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann, euer Dried. Ciao.